Samstag, 19. September, 13 Uhr, HDI Arena, Hannover 96 gegen Karlsruhe, 2 zu 0. Michael Ezer, Yassib Elfes, Niklas Hult, Timo Hübers, Siyomuria, Markel Frenanke, Maike Freeranz, Fink Hakashi, Dominik Kayser, Henike Wilhelm Düt, Marfin Duschk. Marius Gitzbeck, Philipp Hesse, Mario Dede, Schristup H. Cobalt, Robin Brumanda, Lucas Freider, Joréomé Konrof, Marvin Winschek, Benjamin Kohler, Marco Trigurikin, Paparach, Kuri, 21.12 Uhr. Wolf.